Ich bin Alex Meyer. Hey, ich bin Sunny Kittel. Hey Leute, liebe Fans, hier ist NSB Natira. Hallo, ich bin der Lukas Radetzky. Hey, ich bin Marco Russ und hier ist die Mannschaft. Das ist die Nordwestkurve. Ich stehe auf der Haupttribüne. Ich stehe hier auf der Gegenrad. Ich stehe hier in der Ostkurve. Wir stehen hier im 40er Block. Ihr seid ihr 90 Minuten. War das geil gegen Darmstadt oder was? Die letzten zwei Wochen waren heiße Derbywochen. Wir haben sechs Punkte geholt. Ich weiß, dass es aber noch mehr geht. Gegen Dortmund wird ein brutales Spiel. Alles gegen Dortmund kenne ich nicht. Und wir haben jetzt eine große Chance, hier am Samstag etwas zu holen. Beim letzten Heimspiel gegen Mainz ging es hier richtig ab. Das brauchen wir auch genauso gegen Dortmund. Wir haben gezeigt, dass wir auch Rückstände drehen können. Ich weiß, das muss ich euch nicht erzählen. Wir brauchen euch, das ganze Stadion uns zu unterstützen. Wir sind die Eintracht. Frankfurt unterstützt uns. Wir werden alles dafür geben. Gemeinsam, zusammen. Vielleicht noch ein bisschen lauter als sonst. Richtig, richtig laut. Auf jetzt! Auf jetzt! Auf jetzt! Auf jetzt! Auf jetzt! Aufjetzt! Auf jetzt! Auf jetzt! Auf jetzt!